Was geht und willkommen zu den Anime News, diesmal am Freitag. Auf der offiziellen Website von Suicide Squad Isekai wurde heute ein neuer Teaser veröffentlicht, welcher den Charakter Joker vorstellt. Suicide Squad Isekai entsteht unter der Regie von Eri Osada, Episode Director bei Yuyutsu Kaisen im Studio WID. Tapai Nagatsuki, Schöpfer von ReZero und Eiji Umehara Vivi verfassen das Drehbuch, während Naoto Hosoda Seiren das Charakterdesign beisteuert. Die Ausstrahlung der Serie beginnt voraussichtlich im Juli 2024 im japanischen Fernsehen. Bei Suicide Squad Isekai handelt es sich um einen Original-Anime, der auf der bekannten Suicide Squad-Reihe der US-amerikanischen Verlags DC Comics basiert. Diese startete im Jahre 1987 und erhielt mehrere Live-Action-Adaptionen sowie Zeichentrickserien. Handlung Im kriminellen Gotham City hat Amanda Waller, die Leiterin von ARGUS, eine Gruppe Verbrecher für eine Mission zusammengestellt. Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface und King Shark. Diese Superschurken werden in ein Reich geschickt, das durch ein Tor mit dieser Welt verbunden ist. Es ist eine Welt der Schwerter und Magie, eine Isekai-Welt. Harley und die anderen Randalierten nach ihrer Ankunft werden aber von den Soldaten gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Sie haben nur 72 Stunden Zeit, bevor die Bombe an ihrem Hals explodiert. Eine aktuelle Umfrage aus Japan hat festgestellt, dass Teenager überraschenderweise den geringsten Anteil der Anime-Konsumenten ausmachen. Die Umfrage, welche den Einblick in die Vorlieben und Gewohnheiten der jeweiligen Altersklassen innerhalb der Anime-Community geben soll, richtete sich an japanische Medienkonsumenten bis 59 Jahren. Insgesamt nahmen lediglich 500 Personen daran teil, weswegen die Erkenntnisse natürlich nicht automatisch auf ganz Japan projiziert werden können. Entgegen der Erwartungen gab die Befragung, dass Teenager, die eigentlich als Hauptpublikum für animierte Inhalte gelten, in diesem Fall tatsächlich den geringsten Anteil ausmachten. Stattdessen würden Menschen in ihren 40ern die meiste Zeit mit Anime verbringen. Darüber hinaus gab die Geschlechtsverteilung, dass Männer mit einer 15% höheren Wahrscheinlichkeit Anime schauen. Wenn man alle Altersklassen gemeinsam betrachtet, so waren Action, Fantasy und Comedy die drei beliebtesten Genre, insbesondere bei den 20- bis 59-Jährigen. Die meisten Romanzfans fand man unter den Jugendlichen. Ebenso äußerten rund ein Drittel der Befragten unter 20-Jährigen, dass sie gar keine Anime schauen würden, was ebenfalls der höchste Wert aller Altersklassen ist. Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen dem 16. und 29. Januar 2024 über mehrere Online-Plattformen. Teilnahmeberechtigt waren alle Einwohner aus Japan zwischen 15 und 59 Jahren. Japanische Softwareentwickler stellten vor kurzem ein neues KI-Programm namens Ryoku AI vor, das in der Lage sein soll, komplette Night-Love-Geschichten zu generieren. Das erklärte Ziel von Ryoku AI ist es, schnell und insbesondere vielfältige Light-Novels zu generieren, um damit auf die jüngste Kritik innerhalb der Branche zu reagieren. Denn in letzter Zeit waren zu viele Geschichten von minderwertiger Qualität und würden Originalqualität vermissen lassen. Jedoch dürfte diese Art und Weise, wie die künstliche Intelligenz angelernt wurde, durchaus für Zündstoff sorgen. Laut Angaben der Entwickler nutzt das Programm einen Datensatz aus über 700.000 Werken, die von Autoren auf der unabhängigen Hobby-Website Shosetsuka Ninaru, Let's Become a Novelist, veröffentlicht wurden. Und es stellt sich die berechtigte Frage, ob dies überhaupt rechtmäßig ist. Zumindest die AGB von Shosetsuka Ninaru bietet dabei wohl keinen Einhalt, denn sie verbieten lediglich registrierten Nutzern jede Handlung, die das Eigentum der Privatsphäre oder die Bildrechte unserer Gruppe oder anderer verletzt oder nicht zu verletzen droht. Man muss aber nicht registriert sein, um auf der Webseite Werke zu lesen oder API zu kompieren von Daten zu verwenden. Da die Nutzung eines solchen Datensatzes durch die KI-Programme keine Urheberrechtsverletzung in Japan darstellt, könnte für die Regierung, die erst vor kurzem die Gesetzeslage in Bezug auf Illustrationen angepasst hat, bald wohl oder übel die nächste Baustelle anstehen. Das japanische Anime-Studio Toei Animation veröffentlichte vor kurzem seinen Finanzbericht für das vergangene Fiskaljahr, mit einem überraschenden Ergebnis. Ganze sieben Jahre thronte Dragon Ball stolz an der Spitze der profitabelsten Anime-Franchises von Toei Animation. Bis zu diesem Jahr. Denn im aktuellen Finanzbericht des Unternehmens, der die Einnahmen von April 2023 bis März 2024 aufschlüsselt, gibt es einen neuen Spitzenreiter. Mit einem weltweiten Medienumsatz von 22,2 Milliarden Yen, ca. 132 Millionen Euro, konnte sich One Piece erstmals gegen Dragon Ball, das rund 19 Milliarden Yen, etwa 113 Millionen Euro einspielte, durchsetzen. Die Zahlen sind aber dennoch eher beeindruckend für Son Goku und Co. Denn während One Piece mit dem globalen Disc-Release von One Piece Film Red, dem Start der Live-Action-Adaption auf Netflix sowie weiterhin wöchentlichen Anime-Episoden im vergangenen Fiskaljahr wahrlich aus dem vollen schöpfen konnte, war es eher ruhig um Dragon Ball. Schließlich endete die bislang letzte Serie des Franchises Dragon Ball Super bereits im Jahre 2018 und auch sonst gab es zuletzt eher kleinere Projekte. Ein Unterschied von nur 3 Milliarden Yen kann unter diesen Umständen nicht wirklich als großer Erfolg für One Piece bezeichnet werden. Die neue Serie Dragon Ball Daima, deren Start für Herbst 2024 geplant ist, könnte Son Goku und seine Mitstreiter wohl schon in diesem Fiskaljahr wieder an die Spitze bringen. Durch einen Eintrag bei Netflix wurde heute bekannt, dass der Streaming-Dienst seinen Katalog in wenigen Tagen mit neuen Episoden von Black Clover erweitern wird. Die Episoden 103 bis 154, die aus lizenzlicher Sicht die dritte Staffel bilden, könnten demnach ab dem 1. Juni 2024 in Deutsch und im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln bei Netflix gestreamt werden. Die ersten 102 Episoden sind bereits im Programm des Anbieters zu finden. Die 170-teilige Fantasy-Serie Black Clover wurde im Studio Pierrot produziert und zwischen Oktober 2017 und März 2021 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Hierzulande ist die dritte Staffel seit dem 5. April 2024 jeden Werktag um 18.30 Uhr mit deutscher Sprachfassung auf ProSiebenMax zu sehen. Ein deutscher Disc-Release, der die ersten 154 Episoden erfolgte, bereits durch den Publisher Crunchwool, während der Film Black Clover Sword the Wizard King exklusiv bei Netflix auf Abruf zur Verfügung steht. Das Originalwerk erscheint bei Tokio Pop mit deutscher Übersetzung. Das populäre Oshinoko-Franchise sieht sich gegenwärtig mit Planungsvorwürfen konfrontiert, da die Schuluniformen denen einer südkoreanischen Schule ähneln. Seit Ausstrahlung der Anime-Adaption ist Oshinoko in aller Munde und der Hype beschert dem beliebten Franchise immer mehr Erfolge. Es dominierte im vergangenen Jahr nicht nur die Twitter, Spotify und Suchmaschinen-Charts, sondern auch den Finanzbericht von Kada Okawa. Doch vor einigen Wochen hat Oshinoko eine Debatte unter seinen Fans ausgelöst, nachdem ein spitzfindiger Internetnutzer herausfand, dass die Schuluniformen von Aqua, Ruby und Co. in der Anime-Serie denen der Hanlim Multi-Art School in Südkorea auffällig ähnlich sehen. Dass es sich dabei um eine namhafte Schule handelt, die von aktuellen und zukünftigen Mitgliedern der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie besucht wird, gießt dabei nur noch weiter Öl ins Feuer. Schließlich folgt die Schule in Oshinoko einem identischen Prinzip. Doch bildet euch am besten selbst eine Meinung. Die elfteilige erste Oshinoko-Staffel steht hierzulande im japanischen Originalton mit Untertiteln bei Anniverse und Akiba Pass TV auf Abruf zur Verfügung. Ein Disc-Release startet nach aktueller Planung im Juni 2024 bei Peppermint Anime. Die zweite Staffel ist für Juli 2024 angekündigt. Derzeit wird in den sozialen Netzwerken rege über Demon Slayer diskutiert, aber nicht über die neuesten Episoden der aktuell laufenden vierten Staffel. Die Sexualisierung in Demon Slayer war in der Vergangenheit bereits mehrfach ein Thema, doch die Diskussionen entflammen immer wieder aufs Neue. Wir erinnern uns vor allem, der Entertainment District Arc machte seinen Namen alle Ehre und geriet unter anderem wegen der Darstellung der Antagonistin Darkie, der Ehefrau Tengens und Nesku in Dämonenform in die Kritik. Dazu geselten sich in der dritten Staffel nicht wenige Szenen, die vor allem die Liebessäule Mitsuri betreffen, was in einigen Ländern auch für Zensur sorgte. Grund genug, die Diskussion nochmals aufleben zu lassen, auch wenn die Ausstrahlung nun bereits ein Jahr zurückliegt. Den Stein ins Rollen brachte eine US-amerikanische X-Nutzerin, die gerade Demon Slayer geschaut hatte und daher wissen wollte, warum der Anime die weibliche Oberweite so übertrieben in den Fokus rücken würde. Eine solche Frage blieb im Internet natürlich nicht unkommentiert. Während einige betonten, dass sich Demon Slayer als Schonenwerk an das männliche Publikum im Jugendalter richtet und dementsprechend auch diesen Aspekt anspielen müsse, um erfolgreich zu sein, würden sich andere doch etwas mehr zurückhalten bei der Darstellung der Charaktere wünschen. Insbesondere aufgrund der vielen minderjährigen Fans. Letztlich nehmen ironischerweise stets die Gerüchte, dass der Schöpfer des Originalwerks Koyu Haru Gotouge wohl selbst eine Frau sein soll. Unabhängig davon ändert es ohnehin nichts an der Popularität. Erst vor wenigen Wochen stellte sich heraus, dass Demon Slayer zum dritten Mal in Folge der meistgeschaute Anime des Jahres war. Die aktuell laufende vierte Staffel von Demon Slayer, welche den Hashira Training Arc adaptiert, ist jeden Sonntagabend im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln bei Crunchyroll im Simulcast zu sehen. Alle vorherigen Staffeln stehen dort ebenfalls zur Verfügung. Auch im Juni 2024 kommen zahlreiche neue Manga- und Light-Novel-Titel in den Handel. In den nächsten Wochen erscheint unter anderem der 20. Band des Action-Manga Shai mit einem Sammelschuber. Darüber hinaus starten neue Reihen wie The Eminence in the Shadow und Parallel World Pharmacy sowie Denjin N und Alice in Borderland Retry. Was steht im Juni auf eurer Einkaufsliste? Schreibt es in die Kommentare. Hier kommt die gesamte Liste. Hier ein kurzer Zwischeneinspieler im Schnitt. Wen die Manga-Liste und die Mangas nicht interessieren sollte, der kann bis zu 19 Minuten und 30 Sekunden vorspulen. Danke. Neuheiten ab 29. Mai No Too Weak Symptom, Band 2 Omnisend Readers Viewpoint, Band 2 The Words in Your Snare, Band 2 Charlson Manga-Neuheiten ab 29. Mai Boruto Naruto The Next Generation, Band 20 D.N. Angel Pearls, Band 4 Der Mann meines Bruders, Band 1 Edens Zero, Band 24 Fairy Tale Massive, Band 10 Gestatten Ich Bin's, Isoji, Band 3 Hurt Program, Band 2 Hiraed, Heimweh nach Endlichkeit, Band 2 Manga Love Story, Band 82 Mission Yozakura Family, Band 11 Mord im Decagon, Band 3 Moriari The Patriot, Band 19 Moriati The Patriot, Band 19 im Sammelschuber Moriari The Patriot, Band 11 bis 19 im Sammelschuber My Senpai Is Annoying, Band 7 Olshis Zeichenkurz Superhunde, Planets Perfect Edition, Band 2 Sanji's Food Wars, Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse, Band 9 Stitch, The Best Friends Forever Der Elusive Samurai, Band 2 The Promised Neverland Art Book World Tokyo Revengers Doppelband Edition, Band 14 White Rabbit and the Prince of Beasts, Band 1 Yokohama Station Fable, Komplettpaket, Band 1 bis 3 Sozo Zombie, Band 2 Hayabusa Neuheiten ab 29. Mai DRCL Midnight Children, Band 3 Afro Samurai Alice in Borderland Retry, Band 1 Bitter Playmate, Garnibal, Band 8 Love is the Answer Lass meine Hand nicht los, Band 2 Slam Dunk, Band 5 Smoking Behind the Supermarket, Band 3 Stigmata Icon, Band 2 Die Innocence Family Deadly Sins, Band 1 China Books Neuheiten ab 1. Juni Heaven Officials Blessings, Band 1 Wodelu Mein Weg, Band 3 Wodelu Mein Weg, Band 4 Neuheiten ab 25. Juni Briefe aus Taipei Dukiko Neuheiten ab 1. Juni Verhatsche mich, Idol, werde zu meiner Gruppie, Band 1 Skyline Novels, Neuheiten ab 1. Juni Wir sehen uns wieder, wenn es schneit Reprodukt Neuheiten ab 4. Juni Die Katzen des Louvre, Band 1 Manga Kult Neuheiten ab 6. Juni Alma, Band 2 Kolores, Band 6 Demon Slayer Kimetsu no Yahiba School Days, Band 1 Those who say, was danach geschah, Band 2 First of the North Star Master Edition, Band 7 From the Red Fog, Band 5 Happiness, Band 5 Ich kann dich nicht erreichen, Band 7 Jojo's Bizarre Adventure Part 4 Diamond is Unbreakable, Band 1 Kanojo Mo Kanojo Gelegenheit macht Liebe, Band 16 Late Back Camp, Band 14 Miruku-chan Die Geister, die mich riefen, Band 9 My Home Hero, Band 13 My Next Life as a Villainess Wie überlebe ich einen Dating Game, Band 9 Shadows House, Band 6 Welcome Back Alice, Band 7 Yakuza Fianze, Verliebt, Verlobt, Verpiss dich, Band 2 Z-Man, Band 6 Manva Kult Neuheiten ab 6. Juni Dark Moon, The Blood Altar, Band 1 The Star Seekers, Band 1 Manga Jam Session Neuheiten ab 6. Juni Hellmode, Band 1 Crunchyroll Kase Manga, Neuheiten ab 7. Juni Bitter Süße Reue, Band 1 Blue Exorcist, Band 29 Davins Incident, Band 5 Dengen N, Band 1 Haikyuu, Band 42 Misery Loves Company, Band 5 Rache Schmeckt Süß, Band 17 Seraph of the End, Band 30 Shai, Band 20 Shai, Band 20 im Sammelschuber Und Shai, Band 16 bis 20 im Sammelschuber Stellar Witch Lips, Band 2 Those Not So Sweet Boys, Band 7 Unverschämt Verliebt, Band 5 Egemon Manga Neuheiten ab 7. Juni Adekan, Band 18 Chainsaw Man, Band 16 Darwins Game, Band 25 Devilman, Band 1 Die Blutprinzessin, Band 5 Ein Gefühl Namens Liebe, Band 14 Gottes Wege Hazakasano Miyoshikun, Band 2 Infection Bundle, Band 28 bis 30 Level Up, Fall Off More Than A Doll, Band 12 Park der Yokai Natsumis Book of Friends, Band 27 Tankchair, Band 2 Takaras Glasperlen The Fable, Band 2 To You Eternity, Band 19 Wedding Peach Luxury Edition, Band 2 Willkommen in der Dämonenfestung Du kämpfst jetzt auch auf der dunklen Seite, Band 2 Altraverse Neuheiten ab 10. Juni Anthasia, Plötzlich Prinzessin, Band 8 Cloette beschließt zu sterben, Band 14 Die rachsüchtige Weiße Katze und der Drachenkönig, Band 4 Eldenring, der Weg zum Erdenbaum, Band 4 Falsche Engel, wahre Liebe, Band 1 Gachi Akuta, Band 8 Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen in einer Elfe, Band 10 Juwelien, Vater, ich will diese Ehe nicht, Band 4 Kemono Gien, Gefährlicher Phänomene auf der Spur, Band 19 Ketzer, Tödliches Wissen über die Bewegung der Erde, Band 6 Liebst du mich noch, bevor du stirbst, Band 18 Mein Isekai Leben, Band 16 Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 25 Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 25 Collectors Edition Overgeared, Band 1 Payback, ich will dich vernichten, Band 1 Penelope, das Böse, dem Tod geweiht, Band 4 Penelope, das Böse ist dem Tod geweiht, Band 4, Collectors Edition Radiant, Band 15 Re Zero, Truth of Zero, Band 6 Schattenprinzessin des Drachenkönigs, Band 4 Sino Alice, Band 6 Solo Leveling, Band 10 Solo Leveling, Roman, Band 4, Taschenbuchausgabe Tokyo Aliens, Band 8 Tokyo Aliens, Band 8, Collectors Edition Tomb Raider King, Band 5 Tomb Raider King, Band 5, Collectors Edition Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 8 Vistoria, Zauberstab und Schwert, Band 4 Neuheiten ab 24. Juni, Dark Souls Redemption, Band 1 Paper Toons, Neuheiten ab 10. Juni How to Use a Returner, Band 7 Ich bin nur eine Nebenrolle, holt mich hier raus, Band 3 Kirschblüten nach dem Winter, Artbook Love or Hate, Band 4 My Ex Husbands, Mad Dog, Band 1 Sweet Bite Marks, Band 9 The Willness is a Marionette, Band 2 Tokyo Pop Neuheiten ab 12. Juni Blue Spring Ride, Light Novel, Band 2 Call of the Night, Band 12 Christmas Bell, Band 7 Christmas Bell, Band 7 Limited Edition Das Kind, das ich in meinen Träumen sah, Band 8 Die Rothaarige Schneeprinzessin, Band 26 Fushigi Yugi 2 in 1, Band 10 Fushigi Yugi 2 in 1, Band 10, mit Shuba Genshin Impact, das offizielle Artbook 1 Hey Sensei, don't you know, Band 7 Is it wrong to try Pick Up Girls in a Dungeon, Light Novel, Band 6 Jubiläums Edition, Verliebter Tyrann, Band 1 Let's Play a Love Game, Band 3 Magic Circle Chrono Cannon, Band 2 Mao Can Choose a Gender, Band 4 My Dearest Meermann Nenn es nicht Mystery, Band 2 Parallel World Pharmacy, Band 1 Promise Cinderella, Band 13 Simplified Pervert Romance, Band 5 Simplified Pervert Romance, Band 5 Limited Edition Starlight Dreams, Band 10 Starlight Dreams Starter Pack Terraformers, Band 22 The Eminence in the Shadow, Band 1 The Tale of Outcasts, Band 4 Through Arm Incept Villainous, Band 1 Undetectable Murder, Band 1 Verliebter Tyrann, Band 14 You're My Cutie, Band 5 Panini Manga, Neuheiten ab 18. Juni As the Gods Will, Band 3 Die Früchte der Platane, Ein Kinderarzt mit Herz, Band 7 Drifters, Band 7 Kampf der Verführergiganten, Schützenjäger vs. Fummelkönig, Band 2 Nana und Kaoru, Black Label Max, Band 1 Night of the Living Cat, Band 4 Paradise Kiss, New Edition, Band 2 Plünderer, Die Steinjäger, Band 21 Tabetemo Oshiku, Ari Masen Ungenießbar, Band 2 Darnibox, Neuheiten ab 25. Juni Bitte geh heim, Atsu-san, Band 1 Ice Guy und seine coole Kollegin, Band 1 Neck mich nicht, Nagatoro-san, Band 3 Pixelite Novels, Neuheiten ab 25. Juni Club der Aliens, Band 1 Manlin Verlag, Neuheiten ab 26. Juni Lovelock, Band 1 Und Lovelock, Band 1 Special Edition Und ab 27. Juni 18 Undistricted B-Romance Soulsealer School Live, Band 1 So, das waren jetzt ziemlich viele Sachen Die ich vorgelesen habe Ich hoffe, ich habe alles richtig vorgelesen Denn das weiß ich nicht Aber machen wir mal weiter Das Anime-Filmstudio Comics Wave Films Veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der Sängerin Sakura Fujirawa vor kurzem einen Anime-Kurzfilm Mit dem Titel Hatsukoi no Niui Für den rund 5-minütigen Anime-Kurzfilm Hatsukoi no Niui Englisch Send of the First Love Gab Maho Takagi Der zuvor als Animator bei Evangelion 3.0 Plus 1.0 Trins upon a time Weathering with you Und die Susume mitwirkte Sein Regie-Debüt Die Produktion erfolgte im Studio Comics Wave Films Das insbesondere durch die Filme von Regisseur Makoto Shinkai Your Name bekannt ist Der Short-Anime erzählt die einfache Geschichte eines Mädchens Das durch nostalgische Gerüchte im Alltag An ihre erste Liebe, die niemals zurückkehrt, erinnert wird Der namensgebende Insert-Song wurde dabei Von der japanischen Singer-Songwriterin Sakura Fujirawa beigesteuert Das Video wurde in dieser Woche auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Fujiwara-Uhr aufgeführt Der Streaming-Dienst Crunchyroll erweitert sein Programm Ab sofort ist ein Klassiker verfügbar Während in den kommenden Tagen eine komplett neue Serie folgt Bei dem heutigen Neuzugängen auf Crunchyroll handelt es sich um alle 51 Episoden von Digimon Hammers Welche ab sofort in der japanischen Sprachfassung mit deutschen Untertiteln auf der Streaming-Plattform zur Verfügung stehen Die deutsche Vertonung fehlt dabei allerdings Zudem nimmt der VOD-Anbieter den Sci-Fi-Anime Dead Dead Demons Dead Dead Destruction In einer 18-teiligen Serienfassung ins Programm Die erste Folge kann ab dem 24. Mai 2024 um 5 Uhr gestreamt werden Weitere Episoden erscheinen fortan im wöchentlichen Rhythmus Hideaki Anno, Schöpfer der Evangelion-Reihe, sprach vor kurzem in einem Interview darüber Dass weitere Werke zum Franchise durchaus denkbar wären Noch kein Ende, egal ob Ausstrahlung der letzten Episode der originalen Anime-Serie Neon Genesis Evangelion Dem alternativen Ende durch den Film The End of Evangelion Oder dem vierteiligen Rebuild of Evangelion Filmreihe Das weltweit beliebte Evangelion-Franchise wurde in seiner mittlerweile jahrzehntelangen Geschichte bereits mehrmals vermeintlich zum Abschluss gebracht Wenn man jedoch den jüngsten Worten von Hideaki Anno, Regisseur und Drehbuchautor sämtlicher Evangelion-Werke Glauben schenken darf Dann könnte auch Evangelion 3.0 plus 1.0 Trints upon a Time aus dem Jahre 2021 noch nicht das finale Ende des Mecha-Anime darstellen Laut Anno gäbe es aktuell zwar noch keine konkreten Pläne, allerdings sei er davon überzeugt, dass sich die Rechtenhaber im Hintergrund bereits Gedanken über eine Fortführung machen würden In diesem Zusammenhang bremste es aber auch ein klein wenig der Euphorie Denn er selbst würde wohl nicht die Regie übernehmen, da er nach den letzten Jahren völlig erschöpft sei Der 63-Jährige plane der Zeit einer Auszeit und wäre deswegen auch bereit, das Franchise in die Hände eines anderen Regisseurs zu geben Viel wahrscheinlicher erscheint allerdings, dass sämtliche Pläne vorerst einfach nach hinten geschoben werden Denn die Verantwortlichen können sich gewiss auch wie die Fans kein Evangelion ohne Mastermind und Taktgeber Hideaki Anno vorstellen Der 26-teilige Original-Anime Neon Genesis Evangelion wurde erstmals zwischen Oktober 1995 und März 1996 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt Ein Disc Release der Serie sowie der Rebuild auf Evangelion Filmreihe erfolgt hierzulande durch den Publisher Leonine Anime Crunchyroll und Animagic kündigen Partnerschaft an Convention Zeit ist die schönste Zeit des Jahres und dabei sollte man die Animagic definitiv als Highlight mitnehmen Und dieses Jahr erst recht, denn Crunchyroll und die Animagic geben heute eine einzigartige Partnerschaft bekannt Beginnend mit der diesjährigen Animagic schließt sich Crunchyroll erstmals mit der Anime-Konvention zusammen Und bringt seine Magie und Spaß in die Partnerschaft sowie die Konventionen ein Dabei wird den Fans die beste Erfahrung aus der Manga- und der Anime-Welt geboten werden Crunchyroll wird an der Animagic 2024 mit einer Reihe von aufregenden Screenings und Ehrengästen teilnehmen Crunchyroll erhält zudem einen eigenen Saal mit 500 Plätzen, genannt Crunchyroll Cinema In dem täglich exklusive Panels mit internationalen Ehrengästen sowie Screenings, beliebter Crunchyroll-Anime stattfinden Dieses Jahr sind natürlich auch wieder Signierstunden mit Gästen, die extra aus Japan angereist sind, geplant Die Animagic 2024 findet dieses Jahr vom 2. bis zum 4. August im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt Die Convention verbindet seit ihrer Gründung im Jahr 1999 die Macher von Anime, Manga, japanischer Musik, Spielen und Popkultur mit ihren treuen Fans Und an dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugehört oder geschaut habt Und würde einfach mal sagen, wenn ihr keine weiteren Anime-News oder sonstiges verpassen wollt Dann könnt ihr doch gerne mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online ist Und dann würde ich mir einfach mal, dann würde ich euch einfach mal sagen Bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!